Naja, ich probier's mal aus. Ähm, ne? Unsere Karten wurde abgedatet. Okay. Warum können wir dich nicht aktivieren? Keine Raketen. Oh, okay. So. Springen. Da können wir auch noch hin. Dann da hin, dann da hin. Das wird ein bisschen eng, ne? Ach, schaffen wir schon. So. Asteroidenfeld. Wir finden drei Treibstoff. Springen. Äh. Ah, wo ist mein Daumen? Da ist mein Daumen. Eins, das wird nix. Okay, raus hier. Springen. Raus hier. Und springen. Nächster Sektor. Nebel. Nebel. Hostile Sektor. Zivilien Sektor. Da kommen die wieder zusammen. Das sind alles Zivilien Sektor. Achso, wir wissen noch nicht, welche Zivilien. Erst wenn wir ein Feld davor sind, können wir sehen, ob das Engi, Zoltan oder sonst was sind. Na gut, dann springe ich mal hier, damit ich mich zwischen den beiden Zivilien entscheiden kann. Wir haben langsam nicht mehr ganz so viel Treibstoff. Und da wir in einem verdammten... Oh, ein Store. Ja, sehr schön. Springen wir da, springen wir da hin. Springen zum Store. Und dann verkaufe ich das doofen S-Bomb-Ding, weil wir keine Raketen haben. Und verkaufe mir... Und verkaufe den doofen Basic Laser und kaufe mir dann Burst Laser 3 und bin glücklich. Jump. Hier war gar nichts. Das ist doof. Und ein Auto-Soul-Shift mit zwei Schildpumpen. Moment mal. Wie töten wir jetzt ein Auto-Soul-Shift? Das hat keine Luft drin. Wir können seine Panzerung nicht knacken. Äh, ja, nee. Ich glaube, die ersticken, bevor wir sie zurückporten können. Das Schiff lassen wir mal schön da, wo es ist. Und wir springen jetzt zum Store. Damit wir unsere Waffen wechseln können. Continue. Äh, Backup DNA Bank. Näh. Wir können Raketen kaufen, aber die kosten viel zu viel. Ionenbombe. Brauchen wir aber auch wieder Raketen für. Firebeam. Geht das durch Schilde? Geht durch einen Schildpunkt. Tone-Control-Mind-Control. Dafür bräuchten wir erstmal Sensoren. Reverse Iron Field. Protect your ship from Iron Damage. Nö, das bringt mir alles. Nicht so wirklich viel. Also wir kaufen erstmal Treibstoff. S-Bomb. Müssen wir jetzt echt Raketen kaufen? Die haben nur zwei Stück um angeboten. Die sind schweineteuer. Basic Laser. Warum kriegen wir nur so einen verdammten Basic Laser dazu? Wir könnten noch eine Bombe zu der anderen Bombe dazu kaufen. Dann verbrauchen wir noch mehr Raketen. Na gut, hilft nichts. Wir kaufen die doofen Raketen. Reparieren unser doofes Schiff. Und springen weiter. In einen Sektor, wo wir bereits waren. Was wieder ein sinnloser Sprung ist. Den Sektor mag ich nicht mehr. Da hin. Nichts. Ich mag den Sektor sowas von nicht. Ah, Kampf. Mantis-Kämpfer. Das ist doch gut. Die werden erst mal versuchen, uns zu boarden. Deswegen bleiben wir drin. Wir aktivieren dich. Schieß mit dem Basic Laser einfach mal so ein bisschen drumrum. So, da sind sie. Ruf da. Zack, 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 zack. So, die Bombe schmeißen auf die Krankenstation. Ihr beiden heilt euch kurz. Haben wir gerade daneben geschossen? Ja, haben wir. Wir haben doch nur eine Rakete noch. Kommt schon. So, rein da. Komm, 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 S-Bomb. Triff. Sehr gut. Porten. Porten zu dem Waffensystem. Zwei Mantis-Mantis gegen ein Mantis gegen ein Mantis und ein Engi. Das müsste doch sehr gut machbar sein. Unsere Schilde halten noch. Und gewonnen, Fragzeichen? Jupp. Ein Treibstoff, eine Rakete. 38 Schrott. Zurückporten euch. Ihr dahin. Wir haben jetzt eine Bombe. Oh, weia, weia, weia. Also, ich denke, daran wird scheitern. Dieser Spielstand wird enden, dadurch, dass wir keine Munition mehr haben. Auch schon ein bisschen weinlich. Du geh die Meilen. Zurück an deinen Posten. Alle zurück an eure Posten. Springen. Dahin, dahin, dann hier zickzack und raus. Lass mich raten, nichts. Oh, Piraten. Ein Schmuggler. Angriff. Ah, Schmuggler mit Zoltanschicht. Wo die Bombe nicht durchkommt. Ja gut. Jonenblaster, Autofeuer und wir warten. Können wir durch den Zoltanschicht durchporten? Nein, natürlich nicht. Hab ich schon mal erwähnt, dass Zoltanschäde in Wahr sind? Weil die können mit ihren Bomben schon durchporten. Ich hoffe, das ist nur ein Jonen-Ding und führt keinen Höhenschaden zu. Piu. Genau, ein Vierer-Burst-Laser und... Was? Oh, unser Teleporter ist gescrambled. Ist okay, bis das runtergetickt ist, ist der Schild eh erst langsam weg. Piu. Noch einmal treffen, bitte. Ich will auch so einen Burst-Laser haben, verdammt. So, das war unser Tür-System. Ist okay. Porte dich. Man hat nicht getroffen. Dover Bordschütze. Triff. Ist das für ein Hotkey? Für den Porten? Tee. Schon wieder daneben. Wow, 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 wow. Okay. Porte dich. Super-Sheep-Rinz. Ja, mach den endlich weg. Das waren unsere Schilde. Keine Schilde und gleich schießt ihr das super Ding. Geben richtig gut an auf den Deckel. So. Äh. Waffen. Oh, ein Zoltan. Wow, alles getroffen. Zoltan explodiert gleich, ist das Problem. Wenn er nicht wegläuft, genau, lauf weg. Hau Waffen, hau Waffen, hau Waffen. Und dich hätten wir gerne, dich. Dich schmeißen wir jetzt auf Krankenstation. Busch. Wir haben beide erwischt. Sehr gut. Äh, 24 Schrott. Und bitte reparieren wir den Teleporter, damit unsere Jungs nach Hause können. Ja, mach kaum Treibstoff, keine Raketen. Men, oh men. Und Sauerstoff wäre vielleicht auch nicht schlecht. Danke. Zurückporten. Ihr. Hilft. Achso, geht da hin. Du, geht da hin. Alle heilen. Ich hätte jetzt richtig gerne einen Store mit Waffen. Besseren Waffen. Ihr alle dahin. Ihr müsst auch alle geheilt werden. So. Basic Laser haben wir, aber es ist nicht besonders viel. und alle zurück auf Ihre Posten. Springen noch nicht, sondern kurz warten. Sprung. Warum sehen wir plötzlich alles? Da ist ein Schiff. Da ist ein Schiff. Wo springst du dem Schiff? Ein Autoscout ohne Schilde. Sehr gut. Basic Laser auf die Waffen. Schnee. Bitte. Und Treffen. Treffen wir ganz schön. Er schießt gleich. Schießt. Falsche Waffe ausgeschaltet, aber okay. Schilde halten. Das ist alles gut. Das ist übrigens ein Twin Laser. Der kostet glaube ich auch nur einen Energiepunkt. Ja. So lassen wir es jetzt ganz normal durchdecken. Wir machen gar nichts anderes. So müssten wir gewinnen. Genau. Jetzt schießen wir noch einmal auf Antrieb. Nur für den Fall, dass er versucht abzuhauen. Dann wechseln wir wieder auf die Waffen, damit da nichts ausfährt, was uns irgendwie brennstig werden könnte. So. Viermal Treffen wir haben gewonnen. Wir hätten gerne Sauerstofftanks. Das wäre richtig praktisch. Dass wir unsere Insekten hier ausrüsten können mit so einem Sauerstofftank. Dann hüpfen die rüber. Und können selbst das hier auseinander nehmen. Wie vorhin schon meinte, später wird es kein Problem sein. Wenn der alle 10 Sekunden porten kann, dann teleportieren sie rüber, hauen ein bisschen, teleportieren sie zurück. Aber so ist es jetzt noch nicht so wirklich toll. Ein Treffer noch. Goodie. Bitte habt Treibstoff und oder Raketen dabei. Piu. Und zerstört. Sehr gut. Treibstoff und Raketen und Schrott. Oh, danke. Und wir haben keinen Store hier in der Nähe. Also mache ich jetzt noch ein bisschen was am Schiff. Ich hätte nämlich gerne den Crew Teleporter jetzt einmal aufgestuft. Und den hier eigentlich auch noch. Dann haben wir wieder kein Geld für Waffen und dergleichen. Haben so eh fast nichts zum Verkaufen. Aber ja, den Crew Teleporter einmal aufgestuft. Warum nicht gleich zweimal? Komm, zweimal. Max. Machen wir dich aus. Dich an. So, jetzt können wir alle 10 Sekunden porten. Theoretisch dürfte es sogar klappen. Jetzt die Out-to-the-Sold-Dinger zu boarden. Jump. Dahin. Da bin ich nochmal gespannt. Out-to-sold. Out-to-sold. Continue. Das Versuch zu fliehen. Basic Laser auf den Antrieb. Und wir porten uns ins Vakuum. So, wir kriegen Schaden. Kriegen Schaden. Wir können aber gleich schon wieder zurück teleportieren. Ja. T. Was? Ach, R ist zurück. Zurück mit euch. Beam Laser auf die Waffen, bitte. Das chargte immer noch. Beam Laser auf den Antrieb, bitte. Komm, komm, komm. Schieß, bevor er... Ihr solltet euch heilen derweil. Nein. Komm, 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 komm. Ah, das auch noch anmachen. Das ist jetzt schon immer noch. Weil, 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 weil. Jump imminent. Lauf dahin. Ah, getroffen, getroffen und rüber porten. Hau, 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 hau. Nein. Was? Nein. Wir haben auf den doofen Antrieb geschlagen. Wir haben auf den doofen Antrieb geschossen. Ich hasse dieses Schiff. Das ist doof. Du gehst zum Teleporter-Pet. Du bist jetzt unsere Boarding-Crew. Nee, bist du nicht. Wieso haben wir das jetzt noch schaffen? Ich weiß auch nicht. Das ist ja... Ich weiß auch nicht. Vielen Dank.